Wir sind auf dem Rebstock angekommen. Die Bank lädt zum Verweilen ein und sie haben einen guten Blick runter in die Stadt Rebstock. Hier haben mal die Juden von Montabauer gelebt. Bis 1350 lebten die Juden in der Judengasse. 1350 die Zeit des ersten großen Pestzuges, der durch Europa ist. Und man hat den Juden angelastet, ihr seid schuld am Ausbruch der Pest, ihr habt die Brunnen vergiftet. Viele wurden verfolgt, vertrieben oder getötet. Um 1700 waren wieder Juden in Montabauer. Neun Familien, 20 Kinder mit einem eigenen Schulzimmer oder einem eigenen kleinen Schulhaus. Mir gegenüber ist das jüdische Bethaus. 1896, da hatten wir eine Synagoge hier in Montabauer, bis in die Reichspogromnacht im November 38. Heute erinnern an die ehemaligen jüdischen Mitbewohner Stolpersteine vor den einzelnen Hauseingängen. Vielleicht schauen Sie sich welche mit mir an.